You and I till the end don't need to pretend again and again We'll stick together Everything is alright with you by my side We won't say goodbye We'll stick together Guten Morgen meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Family Vlog Heute an einem Samstag, der sich anfühlt eher wie ein Donnerstag oder Freitag Weil du hier eine Frühstück hast Und ja, ich bin gerade dabei Frühstück vorzubereiten Wir haben es jetzt kurz nach 8 Und um halb 10 müssen wir nochmal ganz kurz zum Haus Da wird nämlich dieser alte Kaminofen abgeholt Ja, den habe ich gestern reingesetzt bei Ebay, kleine Anzeigen zu verschenken Und mein Postfaches explodiert Ja, der ist eigentlich so alt, den dürfte man gar nicht mehr woanders einbauen Laut unserem Schornsteinfeger Aber, tja, was die Leute damit machen, ist mir eigentlich auch Wumpe Die sollen dieses 200kg Teil da rausschleppen und dann ist es mir egal Und wie gesagt, um 9.30 Uhr kommt da eine Familie und wollte das abholen Und deswegen frühstücken wir jetzt in Ruhe Und dann laufen wir da, glaube ich, mit Bruno ganz entspannt hin Das ist zumindest so der Plan Zum Frühstück hat sich Mila Müsli gewünscht Und da haben wir momentan die Frühstückskringeln Apfel und Erdbeere von Freche Freunde Die hat sie auch nochmal zum Geburtstag von einer Zuschauerin zugeschickt bekommen Haben wir aber selber sogar nochmal da Und die isst sie echt sehr, sehr gerne Also kann man so gut knabbern, aber auch mit Milch Banane darf natürlich nicht fehlen Und ich werde dann dieses Knuspermüsli Triple Choc von Rewe essen Ja, und dazu gibt es natürlich auch unser LaVita Wie sollte es anders sein? Und wenn ich jetzt gerade bei LaVita bin, wollte ich nochmal kurz darauf eingehen Ich hatte euch ja im letzten Video schon erzählt, dass das jetzt gerade zur kalten Jahreszeit total Sinn macht Sich auch darauf vorzubereiten Das heißt, ich sag mal, seine Speicher im Körper mit Vitaminen aufzufüllen Mit Mineralstoffen aufzufüllen, mit sämtlichen Nährstoffen Damit man eben nicht in die kalte Jahreszeit geht und zack die erste Erkältungswelle mitnimmt Und ja, so haben wir es ja auch gemacht Also wir nehmen ja LaVita sowieso schon seit Monaten Deswegen sind unsere Speicher, habe ich das Gefühl, randvoll Und wenn die Erkältungswelle dann kommt So wie jetzt zu Beginn der kalten Jahreszeit Dann kratzt das bei uns vielleicht an der Oberfläche Vielleicht haben wir mal eine verschnupfte Nase Aber das war's Also wir liegen hier nicht wochenlang krank Wir werden es nicht wochenlang dann eben nicht los So wie sonst immer Wir stärken uns nicht alle gegenseitig an Also ja, LaVita hilft einfach dabei Also dass man wirklich rundum versorgt ist Also dass ich mir nicht Gedanken machen muss Okay, habe ich jetzt genügend Vitamine zu mir genommen Oder selbst wenn ich dann erkältet bin Was muss ich jetzt zu mir nehmen Bin ich ausreichend versorgt, damit ich die Erkältung vielleicht schneller wieder los werde Manche nehmen dann ja, weiß nicht, Vitamin C plus Dinkapseln Oder was es halt alles gibt Aber wir trinken einfach nur morgens unsere LaVita Wenn ich das Gefühl habe Okay, jetzt gerade so die Erkältungswelle Dann trinke ich das auch zweimal Ja, und dann sind wir wirklich ausreichend versorgt Also wie gesagt, ich schwöre nach wie vor Ich glaube, ihr merkt, dass ich nach wie vor begeistert bin Aber wir nehmen es ja auch schon seit fast einem Jahr So Und dann kam noch die Frage Ab wann eure Kinder das trinken können Wenn eure Kinder am Tisch mit essen Das heißt vielleicht mit elf Monaten oder was Können sie auch LaVita trinken Also Mila nimmt einen Teelöffel LaVita auf 50 Milliliter Nicht die doppelte Menge Und damit sind wir wirklich sehr, sehr gut versorgt Holst du dir dein Frühstück selber ab? Ja Ja Die Bananen Okay Vorsichtig Du kannst das nehmen und ich nehme dein Müsli, okay? Ja Warte Mama, mach dir die Milch Und Milch brauchen wir auch Genau, Mama, mach dir nur schon mal die Tür auf Milch auf Milch auf Ja, mein Schatz Ich komm, mein Schatz Ich hole die Schüsseln Müsli-Schüsseln Ja Na Das sind meine Ja, das sind deine Bananen, genau Noch einmal richtig hinsetzen Schmutz Schmutz So Kannst du dir schon mal dein letztes noch machen, Mila? Der letztes doch Zum Müsli-Erstens brauchen wir auch das letzte Super Genau Einmal richtig um Ich habe eine Mahne assen Ja, dann isst du noch ein bisschen Bananen, Mama holt die Milch Und Milch haben wir auch Das machen wir gleich in der Müsli Aufmachen Bitteschön Und dein LaVita Milch rein? Mhm Ich auch Nee, nicht hin zu der Banane Die Banane kannst du so essen So, und dein Müsli Na? Und dann werden wir jetzt lecker frühstücken Die lassen ihre Banane schon fast weg Ne? Du bist ein kleines Äffchen, so viel Bananen, wie du isst Ist das ein kleines Äffchen? Nein Also Mila kann manchmal schon so zwei, drei Bananen am Tag essen Ne? Und dann werden wir jetzt schön frühstücken Banane hat Mila schon fast auf Da rein Ja, wenn die Bananen ins Müsli So wollen wir anstoßen Oh, was eine Schelle für die Mutter Ja, Prost Mila extra ist meistens so weg Ich trinke es dann auch so Also doch Ding Super Hast du auch schon ausgetrunken? Ja Ja Haben wir beide ausgetrunken Wuhu Wir haben es jetzt auch endlich nach draußen geschafft Wir müssen uns jetzt auch ein bisschen sputen In 20 Minuten kommen diejenigen Und holen den Kamin ab Und wir müssen da jetzt ja hinlaufen Und ja, ich muss jetzt noch eben Zu meinem Auto laufen Den Haustürschlüssel rausholen Und dann laufen wir zügig weiter Mila sitzt schon mit ihrer Puppe im Kinderwagen Jetzt hast du für eine süße Mütze auf Mit Hörchen, ne? Und deine Püppi ist auch gut angezogen? Ja Ja, dann können wir jetzt ja los, ne? Ja Gut, dann laufen wir mal los Erstmal hier rum Zum Auto den Schlüssel holen Bruno läuft natürlich jetzt genau um mich rum mit der Leine Du bist auch raffiniert Wir haben es dann auch zum Haus geschafft Pünktlich Vor den Abholern Aber es war knapp So, Bruno Erstmal durch rein Stopp Warte, 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 warte Und dann kommt Mila Zack Einmal hier einparken Hier im Haus ist es deutlich wärmer Wir sind echt so schnell hierher gelaufen Und es ist einfach so kalt Aber die müssen jetzt auch jeden Moment kommen Und wie gesagt, der Kamin, der steht hier schon so vorgerückt Mit dem Rohr Ich hab gesagt, falls sie Werkzeug brauchen Müssen die alles mitnehmen Wir machen da gar nichts Und Mila, die wuselt von draußen auf der Terrasse rum Und fegt jetzt, glaube ich, ein bisschen Mila, guck mal, du hast hier auch dein Kleinwesen Geht das mit der Püppi? Sonst legt die Püppi doch hier auf die Bank Dann kannst du besser fegen Soll ich das machen? Ja Guck mal, ich lege die hier hin Dann kannst du fegen So rum Bitteschön Ja, super machst du das Ja Und Bruno lernt hier auch gerade das erste Mal das Haus kennen Ne? Ist ja auch alles neu für dich Guck mal, Bruno Hier wird wahrscheinlich dann dein Platz irgendwo sein Also hier kommt vielleicht so eine kleine Kommode hin Und da hinten dann Ganz gemütlich in der Ecke Sein Körbchen Vorsichtig, Bruno Ihr wisst gar nicht, was hier los ist, ne? Was macht Mila draußen? Willst du mal gucken, Bruno? Die Männer sind gerade weg Und dieses Monstrum von Kamin Was bestimmt 200 Kilo oder mehr gefangen hat Haben die ins Auto bekommen Also ich habe echt gedacht Gut, raus hier aus dem Haus kriegen sie es Aber wie die das in den Transporter kriegen Waren wir dann erst schleierhaft Aber super gemacht Die haben das sehr, sehr gut geschafft Haben das Rohr mitgenommen und alles Und als Dankeschön haben die sogar ein Prosecco mitgebracht Wäre ja überhaupt nicht nötig gewesen Wir haben den ja verschenkt Aber so als Geste natürlich auch total lieb Und Mila Was machst du? Was machst du? Bleibt es schon wieder davon? Das ist eine freche Maus Wo bist du? Komm her, wir wollen nach Hause jetzt Komm her, Bruno wartet Komm her, ab nach unten Ab geht's Wir sind hier zu Hause Und was machen wir jetzt, Mila? Was wollen wir jetzt kochen? Ja, Mila tippt da wild drauf Ich glaube, da finden wir es nicht Wir haben uns dazu entschlossen Milchreis zu machen Ne, Mila? Schokolade schmilzen Ne, da sind wir nicht richtig Milchreis müssen wir suchen So, guck mal Milchreis Da haben wir es Milchreis Sieht das nach Milchreis aus? Ja Ja, genau Fangen wir mal an, ne? Genau Vorsichtig Super, machst du das? Noch ein bisschen? Okay, super, das reicht an Milch Was ist da hinten? Aua? Das ist Aua Sind wir nach eingeklemmt? Ja So, besser? Ja So, jetzt brauchen wir Zucker Ich auch mag Einer Möchtest du auch was reinschütten? Ja Okay Dann helfen wir mal Super, das reicht Und jetzt muss der Deckel raus Den halt fest So Ne, den müssen wir draußen lassen Den kannst du hier hinlegen Den brauchen wir nicht Genau, leg mal hin Super, dann komm mal her Genau, und jetzt auf den hier Genau Nochmal richtig drauf drücken Super Und jetzt wird der Milchreis gemacht Ja Ja Oh, deine Haarspangen, die können wir mal neu reinmachen Die hängen da nur noch an einem Haar Hupsala Super, danke für deine Hilfe, Mila Und wenn Mila Mittagsschlaf macht Möchte ich für heute Abend die Lasagne vorbereiten Das sind die Kochbücher von einer Freundin Die den Thermomix hat Aber eigentlich kann man das Fast eins zu eins übernehmen Und deswegen Ja, möchte ich auf jeden Fall mal die Lasagne ausprobieren Was ist los? Wo ist dein Haar dran? Ja Hast du rausgerupft? Ja Ja, dann zwickt das manchmal, ne? Das ist nicht gut, Mäuschen Ich will jetzt für Mila schon mal ein paar Sachen packen Denn sie schläft heute bei Oma und Opa Und wir gehen wahrscheinlich heute Abend in die Kiel Und gucken, wenn Was klappt jetzt schon wieder nicht? Ach, die Knöpfe Von dem Body, von der Püppi gehen nicht auf Man merkt, es ist Mittagszeit Alle fünf Minuten Klappt irgendwas nicht Und dann wird direkt geweint Ja, ich packe wie gesagt schon mal ein paar Sachen Das ist ihre kleine Kulturtasche Schlafsachen Das Babybett haben wir uns Eltern gestern schon mitgenommen Ja, müssen wir heute nicht ganz so viel mitschleppen Aber einen Teil packe ich jetzt schon mal Tasche ist jetzt gepackt Da sind jetzt die Wickelsachen drin Und die Kleidungssachen Genau, nehmen wir mit zu Oma und Opa hin Dann nehmen wir noch hier die Decke Und das Kissen nachher mit dem Kuscheltier Und das Babyfone Genau, und dann haben wir auch schon alles Und jetzt können wir mal hier ein bisschen die Sachen zusammenräumen Fräulein Sieht ja wieder aus hier Wir haben jetzt gerade mal so ein bisschen aufgeräumt Püppi brauchst du natürlich noch Und den kleinen Elefanten kann ich jetzt auch mal beiseite räumen Auch sowieso gut, dass sie damit doch Immer wieder spielt Also den hatte vor ein paar Wochen Eine Freundin von mir mitgebracht Und ja, ist natürlich eigentlich ja nichts Wo Mila noch unbedingt mitspielt Weil das halt wirklich so eine kleine Babyrasse ist Aber Elefanten glaube ich mag sie generell gern Und ich glaube deswegen Ja, fliegt der jetzt hier immer noch zwischendurch rum Und ich finde die echt süß Und die sind halt komplett handgemacht Also eine Freundin hat die mitgebracht Und von ihr die Großcousine Von denen die Oma, glaube ich, macht die selber Und ich meine, die gibt es auch auf Etsy oder Davanda zu kaufen Ich frage nochmal nach Dann setze ich euch sonst mal den Link in die Infobox Aber richtig, so richtig süße kleine Elefanten halt Milchrest ist jetzt auch fertig Mila wollte jetzt hier gerade schon rühren Ne, der ist schon fertig gerührt Wir füllen den jetzt um und lassen den auskühlen Und dann können wir essen, okay? Ja Ja, genau, weil jetzt dampft er gerade noch Ne, müssen wir noch ein bisschen auskühlen lassen, mein Schatz Piep, piep, piep Wir haben uns alle lieb Guten Appetit Auch wenn Mila schon angefangen hat zu essen Aber du hast immer früh Hunger, ne? Aber so gegen halb zwölf gibt es auch meistens in der Kita Mittag Und deswegen essen wir eigentlich auch immer um halb zwölf Hier Mittag Weil sie aber auch einfach dann früh müde ist Von daher lassen wir uns jetzt den Milchreis schmecken Und ich melde mich danach Genau, wir winken einmal, denn die kleine Maus geht jetzt ins Bett Macht Mittagsschlaf Wir haben jetzt lecker Milchreis gegessen Genau Jetzt bringe ich dich erstmal ins Bett, Mäuschen Das Mäuschen schläft jetzt seit ein paar Minuten Also seit genau zwölf Uhr Wir haben es jetzt kurz nach Und ich mache mich jetzt an die Lasagne Und bin hier schon ein bisschen am schnübbeln Und werde jetzt Schritt für Schritt hier im Buch gucken Wie ich das am besten mit meinem Monsieur Cuisine Connect umsetzen kann Also zum Beispiel die Varoma-Einstellung hat der natürlich nicht Aber da werde ich mir schon was einfallen lassen Und deswegen beende ich den Vlog auch jetzt an dieser Stelle Somit habt ihr nur unseren Vormittag jetzt mitbekommen Aber ich glaube, das wird mir heute Nachmittag einfach zu stressig Weil dann hat Julian Feierabend Wir bringen Mila weg, wir machen uns fertig Abends, wenn wir im Kino sind, würde ich ja sowieso nicht filmen Und von daher werde ich einfach mal schauen Wann ich nächste Woche frei habe Und euch sonst da einfach mal wieder so mit durch unseren Alltag nehme Aber ansonsten wird es auch momentan einfach mehr vom Haus geben Weil, ja, wir sind da ja fast täglich Und es dreht sich auch sonst 24-7, wollte ich jetzt gerade sagen Also nicht 24-7, aber es dreht sich sehr, sehr viel natürlich ums Haus Die Sachen, die wir nebenbei dann planen Die Renovierungsarbeiten im Haus Und ja, von daher wird es nächste Woche bestimmt auch wieder ein Video vom Haus geben Und ja, ich wünsche euch ansonsten aber schon mal noch ein schönes Restwochenende Und ansonsten einen guten Start in die kommende Woche Und bis zum nächsten Mal, meine Lieben Tschüss!